Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht es wieder um zwei Pokémon, die nie gut waren und wir besprechen, warum diese Pokémon nie gut waren. Heute geht es um das Pokémon Morbithes und das zweite Pokémon ist Siberia. Beide Pokémon kommen aus der fünften Generation und wir besprechen genau, warum die Pokémon schwach sind oder nie gut gewesen sind. Aber vorerst müssen wir uns natürlich die Statuswerte von den Pokémon ansehen. Wir sehen uns jetzt mal Morbithes an. Wenn man sich jetzt Morbithes genauer ansieht, es ist ein Psycho-Pokémon. Das heißt, normalerweise sind die Spezialwerte am besten. Der Spezialangriff mit Base 95 und die Spaz-Dev mit einer Base von 110. Und eine physische Verteidigung von 95 sind die besten Werte. Es ist überraschend, muss ich sagen, dass ein Psycho-Pokémon eine sehr gute Death hat. Genauso wie der Spezialangriff. Denn wenn man sich jetzt die meisten Psycho-Pokémon ansieht, merkt man eigentlich, dass die jetzt nicht so eine gute physische Verteidigung haben. Außer natürlich ein paar Pokémon. Das beste Beispiel, SimSala hat eine Okay-Spaz-Dev. Okay, man muss sagen, SimSala hat das nicht die besten Defensive-Werte. Aber die Spaz-Dev ist immer noch besser als die physische Verteidigung. Aber gut, wenn man sich jetzt die anderen Stats ansieht, merkt man, eine HP Base von 70, die ist noch akzeptabel, aber auch nicht mehr gut. Der Angriff mit Base 55, der ist non-existent, aber wir werden das Pokémon deshalb speziell spielen. Und das Speed mit Base 65 ist jetzt auch nicht so gut. Man merkt, Morbithest soll jetzt ein paar Hits tanken, austeilen und mehr jetzt nicht wirklich. Sehen wir uns die Fähigkeiten an, da hätten wir Frisk, Competitive und Shadowtech. Shadowtech ist ja wie Arena-Trap von Dictry, das heißt, der Gegner kann nicht mehr rauswechseln. Wing Genau hat ja auch die Fähigkeit zum Beispiel. Aber Shadowtech ist in jeder Generation gebannt. Man merkt, wenn so ein Pokémon Morbithest die Fähigkeit hat, ja dann, ja dann kann man sagen, das Pokémon ist vielleicht zu stark. Zum Beispiel, Morbithest konnte sich deshalb in einer 5. Generation Setup mit Gedankengut, aber wir sehen uns sowieso noch die Status-Moose an. Und so konnte das Pokémon, war es ein sehr gutes OU-Pokémon, sagen wir es mal so. Und es konnte auch noch Battenpass, Battenpass plus Gedankengut und der Gegner kann nicht rauswechseln, wenn der Gegner jetzt nur ein Pokémon mit Status-Moves oder ein spezielles Pokémon hat. Und du Gedankengut drückst und er macht dir nicht mehr 50% und du kannst auch Recover drücken, so in der Art. Ja, dann ist Goffitel natürlich GG, dann wechselst du raus und Swift Swim User, wie es noch erlaubt war, zum Beispiel. Und dann konntest du das Game gewinnen. Aber ja, deshalb ist die Fähigkeit gebannt, dann hat es wie gesagt noch Frisk, wenn es reinkommt, sieht es das Item vom Gegner, ist okay. Aber ich finde Competitive ist besser, denn Competitive sorgt dafür, wenn es zum Beispiel durch Bedroher ein Status wird gesenkt, dann steckt der Spezialangriff um zwei Stufen. Bedroher ist zum Beispiel die Fähigkeit, die dafür sorgt, dass der Angriff getroppt wird. Und dann steckt Spezialangriff um zwei Stufen, was eigentlich schon gut ist. Sehen wir uns mal die Statuswerte an. Da hätten wir Gedankengut, Nasty Plot, Donnerwelle, Trick Room, Battenpass konnte es in der 5. Generation auch noch. Reflektor, Lichtschilfe, Höhner, Donnerwelle. Also es kann die Status attacken, die eigentlich meistens jedes Psycho-Pokémon kann. Sehen wir uns die physischen Attacken an. Wir sehen uns erstmal nur so die physischen Attacken an. Vielleicht hat es irgendeinen Move, der das Pokémon supporten kann. Aber da hätten wir höchstens V-Play und Fake Out. Mehr hat das Pokémon jetzt nicht. Raub vielleicht, aber die Attacke war noch eine zweite Generation gut. Aber sehen wir uns mal die speziellen Movepool an. Es kann sich wie gesagt mit Ränkeschmied und Gedankengut setuppen. Wenn man sich jetzt den Movepool von den Pokémon anzieht, merkt man es hat einen sehr guten Movepool. Mit Energieball, Donnerbees, Psychokinese, Darkpuls, Expanding Force, Psychoshock, Spookball, Psychic Noise zum Beispiel. Stored Power, Terra Blast, Focus Blast, sehr. Also das Pokémon hat eigentlich einen sehr guten speziellen Movepool. Wie gesagt, Gophitel ist eigentlich ein Ojo-Pokémon, Jujo-Biel. Aber ja, Shadow Attack ist gebannt, deshalb ist es ein schlechteres Pokémon. Es wird auch Geist von Latios, Algasem und Renekles. Zum Beispiel, wenn man sich jetzt die Set-Beschreibung von den Pokémon anzieht, sieht man, wie heißt das Set? I Wanna Be Latios zum Beispiel. I Wanna Be The Latios. Also da merkt man wirklich, wenn das Set so heißt, ist das jetzt nicht so gut. Es gibt ja auch zum Beispiel Generation 6 ist Ambitifil, Ampibomb, ein Pokémon, was auch so eine Set-Beschreibung heißt. Das heißt, don't use Ampibomb. Also benutzt nicht Ambitifil, kann ich euch gerade zeigen, Generation 6. Don't use Ampibomb. Es ist kein gutes Pokémon, aber ja, es geht nicht um dieses Pokémon. Also ja, es möchte Latios sein, aber es ist ein richtig schlechtes Latios und ab der 6. Generation war dieses Pokémon antiert immer. Man konnte es theoretisch im Uberspiel mit Shadow Attack oder im NSE Ghost vielleicht. Es hatte hier aber höchstens eine Nische, wenn man jetzt die AP stallen will. Wer jetzt nicht. Und wenn du die AP stallen willst, dann spielst du ein Stallteam und das sind dann 50 bis 100 Runden, kommen auf das Pokémon an und willst du das wirklich machen? Ich weiß ja nicht. Also ich würde das jetzt nicht machen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr schon mal so etwas gemacht habt. Also ja, Morbithes hat einen richtig guten speziellen Movepool, über den physischen braucht man nicht reden. Es hat sowieso keinen Angriff. Es hat Gedanken gut, Nasty Blood, Donnerwelle, Toxin. Also das Pokémon hat schon einen guten Movepool, aber das Problem ist bei den Pokémon, es ist nur Monopsycho. Und was will Goffitel genau machen? Will es Hits tanken, sich dann boosten, aber Renekless zum Beispiel ist besser. Also es gibt sicher Pokémon, die den Job auf jeden Fall besser machen. Es ist jetzt auch nicht speedy. Im Trick Room ist das Ding auch nicht so gut, muss man sagen. Wenn man sich jetzt das CO2 anzieht, dann merkt man, wir haben sogar Messbrett in diesem Tier, in dem Antiertier. Fahri Giraff zum Beispiel, in der die Female legt das Psychofeld raus. Also wir haben schon im CO2 bessere Psycho-Pokémon, muss man sagen. Das Pokémon tankt auf jeden Fall etwas, aber das Problem ist, es teilt nicht so viel Schaden aus. Es ist langsam, also es tankt was, aber auch nicht so viel, weil die HP-Bases auch nicht so gut sind. Du könntest das Ding physisch spielen, physisch defensiv spielen. Aber ja, das Ding hat keine Recovery außer Rest. Rest, Sleep Talk, Call Mind. Willst du das spielen? Da gibt es bessere Pokémon, wie zum Beispiel Grisele. Ist nur so ein Beispiel. Also, ja, Coffee Tale hat jetzt nicht eine Nische, auch jetzt nicht in den Lower Tears. Wenn man sich jetzt Generation 9 ansieht, da hat es vielleicht im Ubers... Ah, ja, eine Nische, aber mir nicht. Es ist im D-Rang im Ubers-Tier. Also das Pokémon ist leider nicht gut. Finde ich schade, aber ehrlich gesagt, mochte ich das Pokémon auch nicht. Ich finde, man wäre eher Morbid-Test-Fraktion oder Zyto-Mega-Fraktion. Und ich fand Zyto-Mega cooler, ist auch viel, viel besser, muss man sagen. Zyto-Mega wird sogar vielleicht gebannt, in der Generation 5 Overused-Me zu geben. Den anderen O-U-Tiers hat es eine Nische zumindest. Also, ja, Zyto-Mega ist ein sehr gutes Pokémon und Morbid-Test leider nicht. Morbid-Test hat halt leider nicht die guten Fähigkeiten, wie Zyto-Rage und Raider oder Magic Gods. Also, ja, wie könnte man das Pokémon buffen? Man müsste dem Pokémon vielleicht mal den Unlicht-Typen geben. Psycho-Unlicht, natürlich gibt es da noch andere Pokémon, aber wir wollen das Ding buffen und die Stats nicht verändern. Gib dem den Unlicht-Typen. Ich finde, der passt zu den Pokémon. Ich finde immer, dass das eher ein Unlicht-Pokémon ist, aber okay. Also, ich würde ihm den Unlicht-Typen geben. Dann hat es auch Dark Pulse, V-Blades, Beispiel. So würde es auch nochmal Step bekommen. Und eine andere Fähigkeit. Magic Guard oder Raid Generator könnte man den Pokémon wirklich geben. Aber das Pokémon braucht mehr als wirklich eine Fähigkeit und den Unlicht-Typen. Der Unlicht-Typen sorgt dafür, dass das Ding ein bisschen besser ist, aber immer noch, dass es nicht gut ist. Also, die Stats sind ein bisschen falsch verteilt, muss man sagen. Aber wenn man sich jetzt die Stats ansehen würde, für den Playthrough ist das Pokémon akzeptabel. Da brauchen wir nicht reden, aber im Competitive hat dieses Pokémon leider jetzt nichts wirklich. Wenn wir uns Sibirio jetzt ansehen, merkt man, der Angriff mit Base 130 ist gut. Also mit hartem Wesen vollen EVs, fast 400 Angriff, macht auf jeden Fall sehr viel Schaden. Der Pult ist auch noch okay mit Base, 95 HP ist sehr gut und mit defensiven Werten in beiden, also Verteidigung und Spitz-Deaf Base 80, also ca. 200 DEF und 330 HP. Das ist für einen Sweeper sehr gut. Der Spezialangriff Base 70 ist jetzt nicht so gut und der Speed mit Base 50 ist jetzt auch nicht so gut, aber es ist akzeptabel. Denn es hat eigentlich zwei gute Fähigkeiten, nämlich Slush Rush und Swift Swim und Snow Clock ist nicht mal erlaubt, also ignorieren wir die Fähigkeit. Slush Rush sorgt dafür, dass es im Schnee doppelt so schnell ist und Swift Swim sorgt, dass es im Regen doppelt so schnell ist. Also das Pokémon hat, wenn man es mit einem harten Wesen spielt, also neutralen Speedwesen, fast 400 Speed und fast 400 Attack. Also das Pokémon macht schon guten Schaden, sehen muss die Statusmustern, vielleicht kann es ja Schwertanz, ja es kann Schwertanz, es kann sogar Protzerfluch, Zugabe, Verhöhner, Delegator. Aber du wirst bei den Pokémon nur Schwertanz immer spielen. Also kann dieses Pokémon im Hagel sweepen. Hat es aber einen guten Movepool und ich muss sagen ja, denn es hat Nahkampf, Erdbeben, Eiszapfenhagel, Knuddler, Liquidation, Bodybrush, X-Scissor, Eisschlag, Rockslide, Shadowpunch. Also das Ding hat einen richtig guten Movepool, das muss man schon sagen, so ein Eisbär haut gut rein, ist logisch, finde ich gut, muss ich sagen. Es ist ein guter Slush Rush Sweeper, gibt es glaube ich auch nicht so viele, ja es ist sogar das einzige mit Aloda Sandama, was es in der 9. Generation gibt. Aber es wird halt von Aloda Sandama outlast, aber darum geht es jetzt nicht. Also ja, Biotic hat einen richtig guten physischen Movepool, haut rein, ist schnell im Schnee oder im Regen. Also potenziell macht das Pokémon schon Schaden, das muss man schon sagen, es hat auch einen guten Movepool, gute Coverage. Also was ist das Problem bei den Pokémon? Erstens Tarnsterne, du kannst das Pokémon mit dem Heavy Duty Boot spielen, aber wenn es verbrannt wird, dann paralysiert ist das Ding verkrüppelt. Aber du willst immer den Live Up haben, denn der zweite Grund ist, seine beste Eisattacke ist Icicle Crash. Natürlich, oder Icicle Spear mit, wie heißt die Attacke? Wie heißt der Würfel halt, dass es mindestens viermal angreift? Natürlich ist das alles okay, aber das Problem ist, auch mit 400 Attack fällt dem Pokémon der Speed und sobald der Hagel nicht mehr draußen ist, ja welche Pokémon holt den Hagel raus? Rex bis San Volona haben auch eine Tarnsteinsschwäche, sind es auch nicht die bulgigsten Pokémon. Natürlich im Schnee, bekommt es in der neunten Generation einen Boost in der physischen Verteidigung auf 50%, also hat es dann ca. 280 physische Verteidigung. Ist okay, aber das Problem mit dem Pokémon, wenn die Tarnsteins raus sind, ja bekommt es immer 25% und wenn du gegen eine physische Wall reinhörst, ein physisches Wasser Pokémon, der jetzt nicht auf plus zwei bist, machst du keine Schadung. Nur auch wenn du auf plus zwei bist, musst du dann immer noch einen Hit einstecken, denn du wirst das Pokémon nicht one-shotten, sondern physisch dieses Wasser Pokémon, da gibt es genug, darüber braucht man nicht reden. Da musst du Erdbebe oder Nahkampf drücken und die Frage ist, auf plus zwei kann ich das Pokémon immer noch one-shotten, two-shotten und dann muss ich einen Hit einstecken, da muss ich auch noch auf die Hagel-Turns aufpassen, denn ohne die Hagel-Turns ist das Ding nicht gut, es ist langsam, das ist das Blöde an dem Pokémon. Der Bulk ist okay, wie gesagt, der ist eigentlich akzeptabel für so ein Eis-Pokémon, aber es ist nur ein Eis-Pokémon, das heißt, es hat leider zu viele Schwächen, vier Schwächen sind natürlich jetzt nicht so viel, aber Kampf, Feuer, Start und Gestein sind halt, ja, Typen, die jedes Team hat und du brauchst ja auch mindestens noch, finde ich, zwei Pokémon, einen Hazard-Remobile-Pokémon und wie gesagt, noch ein Schneepokémon, also noch ein Eis-Pokémon, dann hast du schon zwei Feuerschwächen, meistens eine vierfach Feuerschwäche, nämlich Rex-Bizarre und wenn du den Haier ziehst, willst du dieses Pokémon auch ins Spiel. Also das Problem ist, es braucht zu viel Support, auch auf plus zwei kann es gewisse Pokémon nicht Two-Shotten, was jetzt nicht so gut ist, es braucht auch ein Life-Up, dass es gewisse Kills bekommt, Icicle-Crash ist ein guter Eis-Step, aber er ist auch nicht der Beste, der kann auch missen und das ist jetzt nicht so schön. Also wie könnte man das Pokémon nun verbessern? Es braucht einen zweiten Typen, aber welchen Typen willst du ihm geben? Es braucht vielleicht eine andere Form, Eis-Kampf oder so wäre cool, aber du kannst dem Pokémon jetzt nicht wirklich einen anderen Typen geben. Meiner Meinung nach, Wasser wäre vielleicht, ja, der Typ, den du ihm am ehesten geben willst, aber würde ich ihm nicht geben, macht keinen Sinn, Kampf macht nicht Sinn, ein Stahlgestein, whatever, kein Typ, außer wirklich normal und normal macht auch keinen Sinn, also wir können dem Pokémon keinen Typen geben, die Fähigkeit können wir auch nicht ändern, also müssen wir ihm, ja, bessere Attacken geben und welche Eis-Step, der ist besser, können wir ihm geben, Glaciate ist besser, bringt nichts Eis, aber bringt auch nichts, wir könnten ihm Eis-Spinner geben, zumindest, der Tag ist circa so stark wie Icicle-Crash und sie trifft immer, kann aber nicht flinchen, vielleicht brauchst du aber manchmal den Flinsch und 30% ist eigentlich eine gute Flinch-Chance. Ja, also du kannst ihm aber auf keinen Fall eine andere Fähigkeit geben, keinen anderen Zusatz-Typen, Stats will ich auch nicht verändern, also es ist schwer, was du bei diesem Pokémon verändern würdest. Es braucht eine andere Form, gib ihm den Eis-Kampf-Typen ein bisschen schneller mit Angriff, sogar dann vielleicht weniger Bulk, denn ist okay, finde ich zumindest, denn dann ist es im Schnee doppelt so schnell, macht mir Schaden, hat Nahkampf-Step, bekommt keinen Tanschen-Schaden mehr so viel wirklich, dann ist das Ding halt einfach besser. Aber Leute, so könnte ich zumindest biertig passen, wenn ich mir es vorstellen würde, wenn es eine andere Form bekommen würde. Aber Leute, danke fürs Zusehen, bis dann.